Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werden wir ein paar unserer Artikel über Amazon einstellen. Wir möchten uns unter anderem auf dieses Angebot für einen Handscanner schalten. Um sich auf ein bestehendes Amazon-Angebot aufzuschalten, benötigen wir ein eindeutiges Identifikationsmerkmal. Dies kann entweder die sogenannte ASIN, die ISBN, UPC oder ERN des Artikels sein. Wir benutzen die ASIN, die wir uns hier direkt vom Amazon-Angebot kopieren. In JTL-Wawi öffnen wir die Artikeldetails des entsprechenden Artikels und im Reiter Sonstiges tragen wir die ASIN ein. Mit einem Klick auf Speichern speichern wir den Eintrag. Nachdem wir die ASIN oder einer der anderen Werte in den Artikeldetails in JTL-Wawi hinzugefügt haben, klicken wir anschließend mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Artikel und wählen den Menüpunkt für Amazon-Angebot vorbereiten aus. Im nun folgenden Fenster Einstellungen für den Amazon-Import müssen wir als erstes den Amazon-Account auswählen, mit dem das entsprechende Angebot gelistet werden soll. Wir wählen nun die Plattform, also den europäischen Marktplatz, auf dem wir das Angebot online stellen möchten. Im Feld Standardzustand wählen wir nun den Zustand des einzustellenden Artikels aus. Sofern wir also nur neue Artikel verkaufen, wählen wir den Standardzustand neu aus. Im Feld Einstellen mit suchen wir nun aus, mit welcher der eindeutigen Identifikationsmerkmale wir den Artikel online stellen möchten. Sofern wir die Auswahl bei Auto lassen, sucht JTL-Wawi anhand unserer Eingaben entweder nach der ASIN, ISBN, UPC oder ERN des Artikels. Wir klicken nun auf OK, um den Amazon-Import vorzubereiten. Wir erhalten eine Bestätigung, dass dieser Artikel nun für das Einstellen bei Amazon vorbereitet wurde. Wir können auch mehrere Artikel gleichzeitig für den Import nach Amazon vorbereiten. Dafür wählen wir mehrere Artikel aus und klicken anschließend mit der rechten Maustaste auf die markierten Artikel und wählen im Kontextmenü auch den Menüpunkt für Amazon-Angebote vorbereiten aus. Eine Übersicht über alle für Amazon-Angebote vorbereitete Artikel erhalten wir unter Marktplatz einzustellende Angebote für Amazon. In dieser Übersicht können wir die rot hinterlegten Felder, also Preis, Menge, Zustand, ASIN, ERN, ISBN oder UPC mit einem Doppelklick bearbeiten. Um die Vorbereitung für Amazon rückgängig zu machen, markieren wir die Artikel und klicken auf Lösche markierte Artikel. Wir können auch aus dieser Übersicht heraus weitere Artikel für Amazon vorbereiten. Dafür klicken wir auf Neue Angebote einstellen. Im folgenden Fenster können wir die Produkte auswählen, die wir einstellen möchten. Oben rechts besteht die Option über den Filter Alle Amazon-Zustände, Angebote zu filtern, welche noch nicht bei Amazon auf den jeweiligen Marktplätzen eingestellt wurden. Dies hilft uns, einen Überblick über unsere Produkte, welche bei Amazon bereits laufen und welche bei Amazon noch nicht laufen, pro Marktplatz zu erhalten. Anhand der orangenen Färbung erkennen wir sofort, dass der oberste Artikel der Liste bereits für ein Angebot vorbereitet wurde. Wir wählen nun weitere Artikel mittels Doppelklick aus, um auch diese für Amazon vorzubereiten. Ganz unten links könnten wir auch schon hier die Zustandstexte anpassen. Nachdem wir alle Angebote ausgewählt haben, bestätigen wir unsere Eingabe mit dem Klick auf Speichern. Unsere Angebote werden nun unter einzustellende Angebote angezeigt. Mit dem nächsten Abgleich über den Button Amazon-Abgleich werden die hier aufgelisteten Produkte im Amazon Produktkatalog gelistet. Die Produkte werden nur gelistet, sofern die entsprechenden Merkmale, also die ASIN, ERN, UPC oder ISBN bereits im Amazon Produktkatalog bekannt sind. Sofern wir versuchen, ein Produkt zu listen, welches nicht im Amazon Produktkatalog enthalten ist, wird uns nach ca. 30 Minuten im Feld Fehlermeldung eine Fehlermeldung ausgegeben. Sofern das Produkt nicht im Amazon Produktkatalog enthalten ist, lautet die Fehlermeldung keine ASIN, ERN, UPC, ISBN angegeben. Die Produkte werden in Kürze auf Amazon veröffentlicht. Bis allerdings die Informationen von Amazon zurück in JTL-Wawi gelangen, kann es bis zu einer Stunde dauern. Das liegt daran, dass wir einmal die Stunde einen Lagerbestandsbericht von Amazon erhalten. Wann Ihr Lagerbestandsbericht von Amazon erzeugt wird, sehen Sie in Ihrem Seller Central unter Lagerbestand Lagerbestandsberichte anhand der Uhrzeit. Nachdem ein aktueller Lagerbestandsbericht von Amazon erzeugt wurde, wird dieser von JTL verarbeitet und das Ergebnis mit dem nächsten Amazon-Abgleich mit JTL-Wawi angezeigt. Sofern der Vorgang erfolgreich war, wird Ihr Angebot nicht mehr unter einzustellende Angebote, sondern in der Angebotsverwaltung von JTL-Wawi angezeigt. In unserem Seller Central werden die Angebote dann auch gelistet. Nach spätestens einer Stunde machen wir also einen Abgleich mit JTL-Wawi und unsere Angebote erscheinen nun nicht mehr unter einzustellende Angebote. Stattdessen finden wir diese jetzt unter laufende Angebote und unsere Artikel werden von uns über Amazon angeboten und hoffentlich bald verkauft. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.